so stream ist gestartet habe ich gehört ja und jetzt erzähl noch mal was von eiern ja das alles lustige was sie sagt immer nur außerhalb des streams passiert warum hast du gesagt genau aber eins weiß ich noch 68 65 ja und ich habe gesagt ich mag keine weichen eier ja und ich mag aber auch keine harten ja ja und ich habe seit ewigkeiten doch nein quatsch das kann ich nicht mehr sagen dass ich seit ewigkeiten nicht mehr geduscht habe weil ich dusche ja jetzt öfter auch im gesatz zum baden ach verdammt na gut so hörst du denn genug also für mich war das noch völlig okay jetzt ist okay du hörst was ich gerade so so ach so ja ich wollte ja gerade meinen ich wollte gerade meinen 3ds nehmen damit ich weiter spielen kann und wir sind übrigens im falschen film im falschen fall bin ich ja weil ich habe gerade noch eine testaufnahme gemacht denn etwas ganz merkwürdiges ist vor zwei tagen passiert als ich etwas anderes streamen wollte lief auf einmal auf youtube der stream in nur noch halber geschwindigkeit ich habe keine ahnung was das war ich habe mich angehört wie ein roboter mit zwölpert klang wir sind ja genau das mit das hatten wir in dem stream auch angesprochen es hat nur keiner gehört weil es halt verzerrt war ja ja ich weiß gar nicht und ich kann kaum noch spanisch auf jeden fall aber das was kann ich denn noch auf spanisch hat sie nicht gesagt ja wenn man dann weiß was das andere heißt dann ist das ziemlich witzig so wie sieht denn das ja aus der denkt er sieht nicht sonderlich ja das außerdem der sieht die ich meine der sieht auch so aus als ob der nicht sonderlich fein gezeichnet ist ich versuche das mal zu beheben so jetzt hat einen schöneren mund ja da kann ich nichts gegen machen also dass das davon kann ich ihn nicht befreien so was weil weil die geht wissen wir es sind aber es sind nur noch drei fälle wenn wir ganz schnell machen dann sind wir heute fertig okay wenn es hat echt pech er wird dann an seinem ersten tag an der gressenheller universität eines schweren verbrechens bezüglich ich hoffe er fliegt in diesem fall ermitteln ja war 66 ich weiß es noch ganz genau hat sie gerade aktualisiert aber im letzten es war schon einmal ja es war das nicht 65 im letzten part habe ich noch mehrmals gesagt 68 65 warum ist es jetzt auf einmal 66 ja aber wieso also warum hatte sie denn das dann dann müsste sie es ja falsch gehabt haben in dem letzten stream kira rechtfertige dich ich finde das gut ja ja ich finde das auch nicht so schlimm oder so aber trotzdem ich habe mit 65 gerechnet das bringt mich ganz durcheinander aber egal hallo shirl da bist du ja nadelstreifen ich habe dich schon langsam vermisst äh was miss layton hatte mich gebeten auf dem weg schnell noch etwas einzukaufen da hätten wir tee diese mode zeitschrift einen kleinen snack für später dieses rosé goldenfarbene handy das er hat ja was ernest hat ernest hat ein rosé goldenfarbenes handy er hat sich auch für die tapete hier entschieden was im video korrigierst du es also also aber aber ich habe im video immer gesagt 65 dann habe ich das überlesen vielleicht aber aber wirklich also ich habe es ja sogar noch als allerletztes in dem video als letztes satz glaube ich gesagt bevor du dann tschüss gesagt hast oder nee wir wir beide gleichzeitig glaube ich sogar wie auch immer snack für später und noch ein snack für später und noch mehr snacks und noch mehr snacks und also bist du mal wieder der lausch burfe das sind lausch burschen sind leute beim geheimdienst ja lausch burschen das ich mag das waren früher bei der stasi lausch burschen das klingt echt so ist miss layton denn noch nicht hier sie ist schon los sie meinte sie kommt erst spät zurück wie schade das erinnert mich gerade an was bei welcher das war bei 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 superball damals in sat 1 das ist glaube ich zu alt für dich da gab es da immer wenn wenn irgendwie den also da hat man irgendwie glaube ich mit den telefon tasten oder so diesen superball gesteuert der der ist dann halt so also der war unten und der hintergrund ist so runter gescrollt und dann sind da steine und so was runter gefallen zum beispiel und ja wenn man da verloren hat kam da sonst so ein jingle oh wie schade haben die dann irgendwie so nicht so schlecht wie ich gerade aber egal okay also auf jeden fall ich halte jetzt mal die fresse und spiel endlich das spiel weiter sie hat eine nachricht für dich hinterlassen willst du sie hören der ging bestimmt ans telefon und hat er gesagt sprechen sie bitte eine nachricht nach dem piepton natürlich meine güte das hört sich unheimlich wichtig an ich kriege ganz schön schwitzige hände na dann bist du bereit ahem so das musst du jetzt in ihrer stimme mal lesen er kann gut ihre stimme nachmachen das ist alles ich fürchte schon nicht ganz was du erwartet hattest ich fühle mit dir nein nein das ist schon in ordnung ich hatte geahnt dass es darum geht also wo fange ich denn am besten an tja den letzten beißen die hunde was jetzt musst du für für deine chefin aufräumen weil sie sich aus dem staub gemacht hat ach das würde ich nicht so sagen shirl sie räumt ja auch auf tut sie nicht oder aber nur wenn sie aufräumen will wenn sie nicht aufräumen will tut sie es auch nicht sie ist einfach sie selbst das ist genauso wie wenn ich will wenn ich will kann ich auch mit dem rauchen aufhören kann ich auch nicht mehr so viel schokolade essen ach so ja du kannst mit der schokolade aufhören ja wenn ich will kann ich das wenn ich will könnte wenn ich wollte könnten wir schon leiten versus ace the tourney fertig haben ja wollen nein ich habe ich habe eine ausrede mag ich weiß und seine mama die magma mag die hat gar nichts damit zu tun ja heute schon ein dreiviertel kilo kekse ich habe heute schon viel zu tun wo sind die denn eigentlich hin dahinter ich ja damit doch das ist so verzeihung das war dann so eine reflex reaktion möchtest du die schokolade ist wieder haben du willst nämlich aufhören damit der letzte teil könnte schon stimmen naja egal ich wollte dich etwas anderes fragen nadelstreifen und das ist die perfekte gelegenheit willst du mich was willst du denn wissen was machst du hier eigentlich warum arbeitest du hier als cats lauf assistent da hat jemand heute noch gar nichts gegessen im chat weil er zu faul ist weil ich weil ich nichts essen will es sich auch nichts wenn sie nicht geben würde würde ich auch heute noch nicht aus dem bett gekommen sein moment in der vorletzten aufnahme war sie am handy und dieses meinte statt einer 62 eine 61 bei winti zu schreiben allerdings wurde in den notizen eine 61 aufgeschrieben und es wurde keine 62 draus gemacht also und in der letzten aufnahme keine zeit für den counter unter den parts hatte war sie noch mal eine 61 und deswegen ist es jetzt eine 68 66 66 weil sie den punkt noch drauf fangen musste der mir eigentlich auch nicht gute detektivarbeit dankeschön an sie ach so ja danke das war auch mein dankeschön geld nicht dir also ich meine der guten detektivarbeit weil ich dachte du ja auch dass ich sag das zu mir okay ja deswegen mein dank gehört nicht dir sondern ja sie zahlt ihr nicht mal ein gehalt oder nein das tut sie nicht ich arbeite hier zum dank für einen gefallen den miss leiten mir getan hat ist aber ziemlich teuer für ein masse m das muss ja ein großer gefallen gewesen sein was es passiert es war an dem tag an dem ich sie das erste mal traf ja moment das ist doch das ist doch so eine emilaten geschichte oder warum warum kann es nicht was originelles sein scotland yard hat gegen mich ermittelt gegen dich willst du mich auf den arm nehmen also wirklich weil ich würde gerne von jemandem grad hochgenommen werden rückblendet ja echt das kann man auch in so eine so eine so eine episode packen oder nicht in den fall ernest sein ist alles ja ja und erich wird am längsten inspektor hastings hatte mich in sein büro zitiert es gab einen diebstahl und ich war der hauptverdächtige er ist traurig sie haben den diebstahl begangen nicht wahr ich nein ich war es nicht ich bin unschuldig inspektor ich schwöre es und dann habe ich ganz heldenhaft den inspektor darauf hingewiesen dass ich es nicht war schluss mit dem blödsinn junge ich weiß dass sie in doktor ums doktor ums labor drohms um doktor oben klingt nach irgendwas mit ohren mit hören mit akustik ich weiß dass sie in doktor ums labor gesundheit hat ja keiner gehört oder jetzt kommt ja ganz viel im chat das was du nicht hört auf jeden fall ich weiß dass sie in doktor akulas labor eingebrochen sind und seine forschungsunterlagen haben mitgehen lassen geben sie es zu eingebrochen nein das war ich nicht das ist ein furchtbares missverständnis es kam niesen ist nicht niedlich doch bei dir irgendwie es ist verströmend von keimen aber wenn es so klingt na jedenfalls sie wollen die tat also weiter leugnen wir haben zeugen das ist ihnen klar oder man hat gesehen was dass sie da wie sie da also und wo sie darum geschlichen sind glauben sie wirklich dass ich noch mehr beweise brauchen sie festzunageln junge aber wenn ich jetzt ehrlich wenn wir jetzt sie jetzt ehrlich sind können sie schlimmeres verhindern aber aber ich habe gerade erst an der kressenheller universität angefangen warum sollte als ein erstsemester wie ich die kressenheller universität du hast das ja schon ja tut mir leid ich habe gedacht dadurch dass ich nicht reden muss aber kann ich schon mal vorkommen damit ich es nicht vergesse natürlich das perfekte mädchen und wenn es wird rot und